Herzlich Willkommen bei mir auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es noch einmal die Battletech-Infos. Wir haben da hier so ein, zwei Themen, die mir jetzt die Woche so aufgefallen sind. Und natürlich ein absolutes Jubiläum. Dazu aber später erst mal. Kommen wir jetzt hier mal zu einer Veranstaltung, die mir so irgendwie nicht unbedingt bewusst war, die Players.com. Dort findet vom 17. bis 20. August 2023 die Europäische Battletech-Meisterschaft statt, sowie die Alpha-Strike-Meisterschaft, also auch europäische. Und am Sonntag, den 20. August dann, ja, quasi als Abschluss, die Deutsche Battletech-Meisterschaft 2023. Letzteres finde ich etwas ungünstig gelöst, weil im Prinzip ist man ja sonntags meistens dann immer so mehr oder weniger auf den Sprung, um nach Hause zu kommen. Finde ich schade. Hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können, auch wenn ja gesagt wird, ja, die anderen haben eine riesengroße Strecke noch zurückzulegen. Aber wenn man zum Beispiel aus dem Süden der Republik kommt, da sind das auch 300, 400 Kilometer, je nachdem, woher man dann kommt. Also das Argument ist dann doch nicht so unbedingt, ja, naja, spricht mich da nicht so unbedingt an, dieses Argument, dass man da unbedingt das auf den Sonntag legen muss. Aus Gründen der Entfernung. Was für ein holpräger Spruch jetzt hier. Ja, okay. Ja, nach Players.com werde ich nicht daran teilnehmen, weil schlicht und ergreifend, ich bin da Arbeiten. Und die Betriebsruhe ist leider zwei Wochen vorher, sodass man da eh nichts machen kann. Und irgendwie hat mich das überrascht. Das hatte ich gar nicht so richtig auf meinem Schirm gehabt. Ja, ich weiß auch nicht warum. Ich meine, ich schreibe ja oder sage öfters mal an, schreibt mir doch mal das rein, was hier an Veranstaltungen kommt. Oder schreibt an meine Kanal E-Mail-Adresse, damit ich da mal ein bisschen drauf eingehen kann und euch darauf hinweisen kann. Aber na gut, wenn es nicht so sein soll, dann ist es halt nicht so. Und ich gucke auch nicht immer überall auf jeder Seite, zumindest auch bei der Mac for Germany, schaue ich jetzt sehr seltener hin, weil ich da, wie soll ich sagen, nichts mehr teilen kann. Also, was soll ich da machen? So, das erst mal dazu, zu dieser Kunde. Ja, auch bei uns in der Gruppe, Vetteltec Deutschland, Österreich, Schweiz, war das hier ein Thema, das zum Pride, zu dieser Anthologie und auch höher zu Reddit, was da auch abging, nicht nur international, sondern auch hier bei Vetteltec Deutschland, also nicht in unserer Gruppe, sodass es sich dann halt genötigt sah, diese zu verlassen. Finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil das ist wirklich ein ernstes Thema, was natürlich auch uns Vetteltecler betrifft. Ich finde auch, man kann da, wie soll ich sagen, man sollte mit den Leuten vernünftig umgehen, man sollte sie respektieren und man muss nicht extra eine separate Gruppe gründen, um dann halt dieses Thema anzugehen und auch diese Spieler dort irgendwie zu vereinen. Jetzt kam das Argument, jawohl, wir sind ja jetzt ein Hobby, da müssen wir doch nicht unbedingt darüber diskutieren. Ne, müssen wir nicht, wir können auch spielen. Aber grundsätzlich ist es doch so, wenn das mal jemand sagt, warum bin ich, okay, manch einer hat vielleicht ein Problem und sagt, okay, ich spiele nicht mit diesen, ja, weil ich die Ausrüstung, die Ausrichtung nicht mag. Okay, das sei da mal hingestellt, das kann man da natürlich akzeptieren. Aber man muss auch diesen Menschen akzeptieren, der eben halt anders ist, als wie du oder ich. Und dementsprechend ist es ja auch bei mir, bei den Gruppen, wo ich verwalte oder die ich verwalte, es ist genauso gehandhabt, wer dagegen vorgehen muss, der ist draußen. Das muss nicht sein, weil wir spielen im Endeffekt alle Battletech und dementsprechend ist das für mich kein Thema, was man irgendwie vertiefen muss, beziehungsweise worauf man drauf reiten muss und eben halt nicht reagiert, wenn da mal irgendwas passiert, zum Beispiel, dass diese Leute beleidigt werden oder diese Mitmenschen, die ja divers sind, lesbisch, schwul, wie auch immer, also irgendwo für mich unverständlich. Auch wenn jetzt manche Sachen vielleicht übertrieben sind heutzutage, aber ich finde, dass, ja, diese Leute haben ja so oder so die Berechtigung, da zu sein. Weil im Endeffekt, ich werde jetzt 52, mich hat dieses Thema schon seitdem es begleitet, aber immer so, dass ich das toleriere. Okay, kommen wir jetzt noch mal zu einem anderen Thema. Ihr seht das hier schon, diese Premium-Record-Cheats, da kam jetzt die Äußerung, ach, die braucht man doch gar nicht, die muss man ja nicht unbedingt mitbestellen. Also ich finde schon, dass man diese ruhig bestellen kann beim Kickstarter, das sind echt cool die Dinger, weil die machen ein bisschen mehr her, vor allem wenn man so auf einer Conis oder mal ein Demo-Spiel macht, das sieht einfach wertiger aus. Man kann ja obendrauf auch schreiben mit einem wasserlöslichen, ja, Folienstift. Also das ist eben halt eine schöne Hausnummer. Ich hätte gern mehr davon, aber okay, ist natürlich dann im Endeffekt eine Preisfrage, nicht nur für uns als Kunden, sondern auch für Catalyst Games. Und vor allen Dingen wird das überhaupt dann so nachgefragt, ne? Das ist dann nicht immer so einfach zu handeln. Der Cypher-Trainer hat das Set sogar noch und das Neue jetzt beim neuen Kickstarter, ja, das hole ich mir bestimmt auch, weil wie gesagt, ist mal ein schönes Gimmick und auch nicht schlecht. Ich hätte auch schon gesagt, es gibt ja die neuen PDFs jetzt mit den Record-Cheats und auch die sind echt toll geworden, ne? Also wie gesagt, könnte man sie auch mal kaufen. Dann hätten wir noch beim Cypher-Trainer den Plüschi-Tag. Ich bin da etwas zwiegespalten. Auf der einen Seite würde ich mir gern mal so ein Obi holen für so eine Folge von Basti und Ulrich. Da hätte ich ja schon eine Idee dazu, aber auf der anderen Seite wieder braucht man das unbedingt. Na gut, Sven hat es selber gesagt, so für Messesachen wäre das bestimmt ganz cool. Es gibt ja den einen oder anderen Fan, der sowas mal mitnimmt und auch sich kauft, okay. Aber na gut, mal schauen. Dann hat er noch angesagt, der Pro-Lieferations-Zyklus, ne? Den könnte man eher erst Ende Juni, Anfang Juli erwarten, sodass ich wohl doch jetzt etwas bestellen muss, was ich eigentlich noch gar nicht bestellen wollte, wo ich noch warten wollte. Ja, ist halt Pech, auch dieses eine Paket. Weiß nicht, ob das schon da ist. Na, mal sehen. Ich habe ja vor lauter Schreck jetzt mal festgestellt, im August wären es bei mir 10 Jahre Alpha Strike. Im August ist das erschienen. Das erste Alpha Strike-Regelwerk auf Englisch 2013. Und das hatte ich mir natürlich auch gekauft. Und seitdem spiele ich Alpha Strike. Was ist mir bisher aufgefallen? Naja, viele Einflüsse aus dem ganz normalen Battle Tags sind natürlich wieder zurückgekommen. Ich fand eigentlich das allererste Regelwerk gar nicht mal so übel, wo viele geschimpft haben und gesagt haben, das ist ja nicht ausgereift, das passt so nicht. Ich fand es prima. Dementsprechend sind aber die ganzen Sachen, die jetzt gekommen sind, so CE und Compendium, ja gut. Compendium hat einiges korrigiert und verbessert. Aber wenn ich das so manchmal so lese mit den Erratas und die Aussagen dazu. Man hat immer wieder und wieder den Eindruck, der normale Battle Tag Spieler möchte das ein bisschen umkrempeln und eben halt, ja, uns das Spiel ein bisschen vermiesen. Also nett gesagt. Ja, ich meine, ich verstehe schon, wenn man da gewisse Dinge sagt zum Waldrand oder eben halt, ja, pilotentechnisch, wie das so ist. Aber im Endeffekt, wir spielen Alpha Strike, weil wir Alpha Strike spielen, weil wir gerne der Commander sein möchten und nicht so in die Tiefe gehen von dem Mech. Was natürlich die ganzen Missionen, die Aufgaben betrifft. Und den Spielfluss, der ist natürlich auch schon mit einer gewissen Tiefe versehen. Also ihr könnt es ja mal auch ausprobieren, wenn ihr mal Asus habt, wenn ihr zum Beispiel beim Kickstarter mitgemacht habt, dann macht mal so ein Lanzen-Effekt. Also das ist eigentlich nicht so unbedingt schlecht. Also kann man so sagen. So, dementsprechend überlege ich mir noch, was ich im August mache, weil zum 10-Jährigen sollte man doch schon irgendwas machen. Vielleicht so ein paar Aktionen, sprich so Gewinnspiele oder eben halt natürlich dann auch mal eine Zusammenfassung, wie das so war die letzten Jahre hier mit Alpha Strike. Das könnte ich gerne machen. Ich überlege da auch schon, wie ich das aufziehe. Wie gesagt, das fiel mir jetzt vor ein paar Tagen erst auf. Mensch, das sind ja schon wieder 10 Jahre, die du spielst, wo das dann um die Regeln ging. Und ja, ich denke mir, merkt euch den August vor. Vielleicht kommt da noch was. Ich hatte ja schon gesagt im Discord, dass da halt, ja, dass ich hier das Counterpack noch habe. Encounter oder Counterpack. Jedenfalls das Pack hier, was es auch hier drin gibt in dieser Box und natürlich noch ein bisschen erweitert ist, ein bisschen mehr drin. Genau, das könnte vielleicht in der Verlosung mit reinkommen. Und so ein, zwei Boxen, nein, nicht die Boxen, Landspacks. Je nachdem, da muss ich erst mal schauen, wie ich das so hinbekomme. Auch hier, ihr versteht schon. Dann hätten wir natürlich noch ein paar kleine Infos zu diesem Kanal, wie es jetzt die nächsten Tage, Wochen, Monate weitergeht. Ne, Monate vielleicht nicht ganz so. Was auf jeden Fall jetzt wiederkommt, diesen Mittwoch noch mal was zu Hardware. Ich möchte ja noch mal euch zeigen, was das ganze Pack umfasst, was ich bekommen habe und wie ihr das vielleicht nutzen könnt. Zum Beispiel die Gebäude gehen natürlich auch für ganz normales Alphastrike oder BattleTech, wenn ihr da zum Beispiel Hex-Frei spielt. BattleTech, das geht ja auch. Den Link könnte ich vielleicht hier oben noch mal einmachen von dem Video. Und wie gesagt, das möchte ich euch schnell noch mal vorstellen. Auch die Starter-Packs, aber er hat noch nicht diese Woche. Es sollen auf jeden Fall noch mal starten meine Mac-Shorts. Das sind dann noch mal die Macs, die ich so bekommen habe, die auch passen in die Zeitschule 3039 und zur Clan-Invasion, die ich da noch mal so als Shorts euch bringe. Ich muss jetzt auch mal schauen, was die neuen Packs so gehabt haben, ob da auch noch was reinpasst, was ich noch nicht mehr aufgeschrieben habe. Zum Beispiel den Phoenix Hawk, das habe ich ja völlig übersehen, den hatte ich ja noch gar nicht gebracht. Danke auch da für den Inweis. Das sind so die ein, zwei Sachen, die ich dann erst mal definitiv plane und natürlich noch mal so Unboxings, wo ich jetzt gesagt habe, okay, das holst du dann doch noch mal. Was es ist, verrate ich euch später. Vielleicht gibt es da schon wieder einen Shorts vorher. Und auf jeden Fall, ACES möchte ich noch machen. Das hatte ich ja schon vor zwei Wochen gesagt. Bin jetzt noch nicht dazu gekommen, weil ich da auch eher meinen Urlaub genossen habe. und natürlich auch letzte Woche ein bisschen Alpha Strike gespielt hatte mit einem Bekannten, so dass man da nicht unbedingt was aufnimmt. Ja, ein paar Fotos, vielleicht hier mal ein Foto davon. Und das ist ja auch nicht vergessen. Das soll ja auch gemacht werden. Ich würde da quasi so eine Kompanie aufbauen und eine gegnerische Kompanie und dann mal schauen, wie ich das mache. Vielleicht mit Auswurfeln. Lanze A spielt gegen Lanze B, weil komplette Kompanie. Kann ich mir vorstellen, dass es nicht ganz so passt. Also ist auf jeden Fall nicht vergessen. Und was noch wichtiger wäre, wir könnten ja mal langsam Richtung 1.000 gehen. Ich gucke hier noch bei 7.45 rum, aber vielleicht klappt es dann irgendwann mal dieses Jahr, dass wir die 1.000 schaffen. Natürlich brauche ich dann noch 4.000 Stunden Aufrufe. Also Wiesergabezeit, bevor man hier richtig sagen kann, wir monetarisieren. Da hätte ich dann auch schon eine Idee, dass man vielleicht über eine Kanalmitgliedschaft was macht, wo man, wo, sag ich mal, die Fans was quasi einzahlen und jederzeit dann oder einmal im Quartal oder im Monat mal die Möglichkeit haben, so ein Backpack zu gewinnen oder wie auch immer. Also so die Richtung. Das wäre zum Beispiel auch eine coole Idee, aber kommt drauf an, kommt Zeit, kommt drauf an. Also dann am ersten Kopf, wenn es soweit ist. Ja, und das war es dann für heute. Mehr gibt es nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder auf diesem Kanal. Ciao, ciao, bei euch. Sagt euer Ulrich. Macht's gut, Leute.